Die G-Hard hat außerdem, hab ich extra noch mal nachlesen, das ist, die macht durch Wände keinen Schaden, nicht egal welche Wände, ja, ist auch keine Bombe, man kann ein Papier durch euch, kann nicht durch Papier durch, auch durch, Orangen, Die G-Hard kann man ausweichen, äh, Bauchmuskelwände, was, Bauchmuskelwände, was, Bauchmuskelwände, ey, kann ich jetzt mal, puh, ich bin die Technik-Gamer, gib mir meine Waffe, puh, 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 willst du sterben, willst du sterben, willst du sterben, weißt du, Game was, die Technik-Gamer, sag ich erstmal, ich bin die Technik-Gamer, Ja, man, ich hättest jetzt daran einsperren können, dann wärst du tot gewesen, ja, man, schießt ihm einmal in den Fuß, ja, ich wollte einmal ins Gesicht schießen, aber ich glaub, dann hätt er Marmeladengesicht gehabt, äh, ja, man, wenn ich Traitor gewesen wäre, hätt ich dich eben erst eingesperrt, Wer ist Marmeladengesicht? Nein, das ist für mich immer noch kein Grund, Julian, ist Tee, wer ist trotzdem Marmeladengesicht? WTF, ich hätt dich eingesperrt, du wärst tot gewesen, wer ist dein Marmeladengesicht? Ja, aber ich wär ja, wir wär in den beiden Toten gewesen, aber du weißt dich lieber, die Technik-Gamer als nix zu machen, meine Chance bei mir zu bestätigen, hat's ja auch in den Waffen eigentlich. Ey, als ich auch für dich scheiße, mit in deinem Schulteil steht 0 zu 3.000. Thomas und der Stein und der Gamer und der Taganlieder raus. Jür, dann, ich bring dich um, wenn du noch einmal so eine Toch-Ansage mal. Nein, 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 nein. Ich weiß, dass ich hier gerade eine Wunschung durchgebracht habe, nehm ich den Kopf schiebe. Ich habe schon, ich habe schon drückt gehabt. Ich habe drückt, dass du bei 8. Wir brauchen noch eine, das sind wir ab. Ein Auto? Aber bei 8 finde ich doof. 7 finde ich am besten. Ja, das war außerdem Motorrad. Achso. 7 finde ich tatsächlich am besten. Weil bei 7 ist es am Auto. Okay, mein Fenster ist zu. Okay, okay. Dann führ mich doch zu einer. Oh, oh. Oh, wo bist du? Komm mit. In einer gescheiten Waffe. Ähm, weg. Ich habe geschossen. Warte, wir müssen warten, bis das weg ist. Und ich habe das übertrieben, weil ich Bock drauf hatte. Ah, Feuer. Was ist das? Luca, Luca hat eine Brandgranate. Kommt man da rein? Oh, da kommt man da rein. Weg, 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 weg. Geh mal. Ich wollte dich da anschließen. Ja, Mann. Das war noch nicht mal mein, das war übrigens Luca. Bevor du mich jetzt töten willst, weil du in den Lukas Brandgranate reingelaufen bist. Ey, wir machen dich. Ich bin in den Lukas Brandgranate rein. Puh. Au. Ich bin jetzt aufgetreffen. Aua. Loll. Ich bin zu viert mal jetzt da reingelaufen. Egal. Ja, warum rennst du da auch öfters rein, du Depp? Da ist gerade einer hergeflogen. Leser gestorben. Luke hat auch Schaden bekommen. Leser gestorben. Bombe. Loll. Bist du dir sicher? Nein, der ist von der Sniper gechattet worden. Loll. Dann ist Luca. 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 Luca hat ne Pinkfrau. Du hast das ganz schön krass. Wartet. 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 Tu weißt du... ñas roastomen. Was ist es for? Lunde. милли tisch. Oaah. Ne Stein war's. Ne Stein war's. Die.. Was ist der Asker? Boah beleidCommehrercat. Also... Lukas! Ja! Das hat mir schon lange abgeschrieben. Tarka, tu deine erste Waffe raus. Tu deine erste Waffe raus. Mein Nipp ist ja Luke. Die erste. Die erste. Hebeck! Hat ne MP, okay. Ah, ich bin wieder. Du bist Tee. Nee, nee, ich bin Tee. Hier liegt die Autosnappe! Ah! Ich kann den nicht wieder... Jetzt bin ich wieder beim... Oh, danke. Äh, wer lebt denn jetzt noch? Ich kann den Typen hier nicht wieder weg. Ja, Fox! Ah, es ist Stein oder Thomas. Stein oder Thomas ist es. Stein oder Thomas. Ich kann den da nicht wieder weggeben. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß... Warte, warte. Was denn? Tötet Stein. Tötet Stein oder Luca. Nein. Lass mich doch zuhören. Um was geht es dir? Warte, wer hat Fox getötet? Thomas, du killst jetzt Stein oder Stein killt Thomas. Warte, wer hat Fox getötet? Dich. Okay. Stein. Stein! Aua! Ich hab ne Idee. Du Sack. Ich hab ne Idee. Ja, muss man hier oben warten, oder? Alter! Dann bin ich ja bei einer Runde bei einer Beinboden. Das funktioniert. Ja, dann mach ich das mal. Ich wollte ihn fahren lassen. Das ist ja meistens sicher. Alter, was ist das denn für ne steile Treppe? Hallo, ich brauch Punkte. Geh weg. Danke. Du. Hat mir nicht eigentlich mal gesagt, dass das nicht mehr erlaubt ist? Nein. Einmal, wenn dann nur. Haben wir gesagt. Ich hatte gedacht, es war verboten. Nein, aber okay. Ne, zu farmen ist. Ach, du hast jetzt wirklich die scheiß... Boah. Buh. Buh. Fick dich. Buh. 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 Alter, hat er einen weggemacht. Buh. Ich dachte eigentlich, das wäre verboten. Ich hab den Nighthawk gesucht, du Depp. Ich hab voll in lustig gespielt. Fox. Fox, hast du die Bombe geplantet? Ja, ja, klar. Buh. Buh. Okay, ich muss erst mal Luca lauter machen. Wenn ich nicht weiß, dass da Nighthawk nicht drin ist... Was ist das so? Warum konntest du mich nicht wiederbeleben, Gamer? Ich dachte, dass ich wiederbelebe... Ich konnte dich nicht wiederbeleben. Äh, keine Ahnung. Warum? Also, was stand dir da? Ich hab... Ich konnte dich aber nicht wiederbeleben. Das stand eigentlich... Eigentlich wollte ich... Eigentlich wollte ich ne... Eigentlich wollte ich ne Bombe in dir verstecken. Halt vor, Stein! Eigentlich wollte ich ne Bombe in dir verstecken. Du hast Rude runtergeliefert, aber deswegen darfst du trotzdem nicht singen. Aber... Du Lover singen. Ja, dann tu das community jetzt. Singen! Sweet! Aber das geht auch nicht. Ich kann auch keine Bombe bei dir reintun. Sweet, sweet! Du musst bestimmte Nähe haben. Übrigens, Fox, dachte du mich getötetet hast, wusste ich immer noch nicht... Ich wusste doch nicht genau, wer mich getötet hat, dass er... Der einzige Grund, warum ich dachte als tot, dass du mich getötet hast, war, dass du die ganze ganze keine Waffe in der Hand hattest. Das war der einzige Grund. Ja, Taka habt ihr auch nicht von sich gehabt. Ey, wieso dachte ich denn ich wär? Warum denn nicht? Ja, hast du was getötet, war richtig innocent. Davor... Davor hab ich gar nichts... Es war ja auch entweder Thomas oder du. Ja, wieso? Ja, wieso? Ja, wieso? Weil... Es haben nur noch vier Leute gelebt. Gamer, Luca und ihr beide. Luca hat den Traitor getötet, also Luca Proven. Ja, Luca hätte auch lügen können. Das ist richtig, aber dem vertraut man vorher erst mal. Das ist richtig! Weil ihn einfach weggeknallt hat. Boah, hab ich grad... Warte, stell ich mal da drauf. Nein! Ich weiß schon... Bitte doch, Julian hätte ich... Wenn du Traitor gewesen wärst, hättest du wohl nicht Fox umgebrachte oder Gamer und dann Wo bist du? Wo bist du? Ja, wobei... Er hätte nicht gedacht, dass wir getötet haben, um Trust zu kriegen. Ja, aber es wär trotzdem ziemlich riskant gewesen. Hätt er... Hätt er machen können, aber trotzdem... Hallo, Juni. Hallo, Juni. Und durch den Smoke Racken. Warum ich jetzt? Der Smoke! Jetzt, Stein, durch den Smoke! Bin durch! Ich... Ich wollte ganz oft auf Teppich hin. Oh! Er hat ein Moni! Er hat ein Moni! Er hat ein Moni! Er hat ein Moni! Luka! 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 Ich komme nicht durch! Ich komme auch mal durch! Hinter mir auch! Bei dem Pool! Beim Pool! Loll! Okay, warte, 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 warte. Ge weg. Mist, hat auch nur zwei Muni. Weg mich, weg weg. Mann, wie scheiße seid ihr in der Sense denn, Mann? Ja, ich wurde einfach ins... Sorry Stein, ich hab mich umgedreht, dann haben sogar Gamer noch einmal gehittet. Der ist da eigentlich in mein Sichtfeld gerannt. Der war der erste, der gestorben ist, den konnte ich spüre. Nein, nein, du bist hinter Thomas gelaufen, aber Tarkan ist glaube ich in mein Sichtfeld gerannt. Gamer wolltest du mit... Ich hab mich voll geschreckt. Gamer, wolltest du mich wirklich töten? Nein, ich wollte dich nicht. Ich hab zwar ein paar Mal auf deinem Kopf gehen. Da ist er gedrowned. Oh Gott! So langsam, wenn Julian irgendwas ist, muss ich eigentlich nur noch mich und Gamer verträchtigen. So, ich mach diese Runde, spiel ich nur mit der Scout. Ich hab einfach gesehen, ob ich Luca jemanden abgeknallt hatte. Mit der Scout nicht mit der Autosniper. Ah, ups. Es ist ein Autosniper. I got the best weapon anyway. Ich hab so gedacht, okay, ich bin Tee. Wer ist mein Tee-Kollege? Wie hab ich an Stein gedacht? Ah, Luca. Läuft bei dir. Läuft bei mir. Tarkan ist Täter. Okay, töten wir. Wir haben einfaches Grund. 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 Irgendwer hat auf mich geschossen. Dann hat das ja eh jemand nicht gehört, was ich gesagt habe. Julian, hast du... Julian? Hallo. Julian hat nichts gesagt. Hallo. Was ist das falsch? Warum soll ich auf dich geschossen haben? Irgendwer hat auf mich geschossen. Warum bin ich das denn sofort? Wer ist durch diesen scheiß Winter gegangen? Ich bin durch den scheiß Wett gegangen. Ich war nur der Typ bei Fox. Am Rett. Ich war einfach in der Runde. Ich weiß nicht, wo ich direkt in der Runde war. Aber umgekommen. Gamer, bist du da echter für? Jörn, Gamer, bist du da echter für? Oh, was lass ich aus? Fick dich doch! Fick dich doch! Fick dich doch! Thomas, 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 Thomas! Thomas, Thomas! Boah, leg mich doch rein! Fick dich, Thomas! Fick dich, Thomas! Eine Frage, was versuchst du da? Ich hab grad Schüsse gehört. Mich von dir zu sterben. Ja, ich hab ein Scouts zu sterben. Warte mal. Ich hab mich noch voll erschreckt, wenn du die Waffe auskommst. Was ist grad passiert? Null, null, jetzt geht's los. Hi. Julian schließt auf mich. Das ist absolut falsch. Fuck you! Fuck you! Jemand hört mir zu. Das ist richtig. Hab ich dir auch so gedacht. Ah, scheiße. Trader kann gerne kommen. Ich bin nicht Trader. Nein! Nein, wirklich nicht! Das kann ich auch. Das kann ich auch. Das ist falsch. Warum falsch? Ja hier ist keiner. Ey, warte was. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Genau untersuchen. Krümlichkeit. 21 Sekunden. Warte, ne? Irgendwo. Kannst du machen. Ne, ich meinte dich. Was hast du hier eigentlich gemacht, Gamer? Weißt du, ich komm um die Ecke, der knallt einfach Fox auf und steck mir so cool. Knallt. Freak. Aber warum? Was ist immerhin da drin? Alter, oder? Wo ist der Thomas gestorben? Ist der auch oben gestorben? Der ist nicht oben gestorben, oder? Ich hoffe nicht. Der scheiße. Wir haben ja noch genug Zeit. Ist bestimmt nicht hier drin gestorben. Finde ich komisch. BG Anderson. Oh. Ups. Der Tee könnte jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ja, ich bin nicht der. Nein. Die meinte ich auch nicht. Ja, ich bin ja auch wirklich nicht der. Wofür hast du dich denn so angesprochen? Wo habe ich gesagt, dass ich mich angesprochen habe? Hallo. Ich habe gesagt, Tasch was drauf ist. Das letzte Mal habe ich ihn auf dem Dach gesehen. Ja, der ist auch auf dem Dach. Das ist nicht das Problem. Ich habe ein Radar. Aber wenn ich da hoch komme. Ja, und ich brauche eine Waffe. Weil er hat meine Waffe. Da liegt die. Du bist ja quasi in den Waffen reingespawn. An seiner Stelle hätte ich jetzt hier gewartet. Das habe ich nicht. Da hinten ist er. Ich bin nicht langweilig geworden. Hm. Der ist doch. LOL. Ist er da hinten gekommen? LOL. Ich habe gedacht, er wäre hier. Ich wollte einfach so reichen. Gamer, wer hat denn bei dir im Hintergrund geschrien? Das sage ich erstens. Ah. Ah. Wer hat dich schön für den Gamer? Ah. Hat keiner Luca zugehört? Nein, ich habe keine Freundin. Das war seine Freundin voll da. Nein, war auch nicht meine Schwester. Dann war noch Nicole da. Ja, genau. Ja, voll. Nicole ist voll bei mir zum Besuch. Hat keiner Luca zugehört? Bei Nicole wärst du nicht. Aber der ist ihm umgebracht worden. Mir war klar, dass das du bist. Aber irgendwie, ich habe dich nicht mehr gefunden. Und dann, als ich dich gefunden habe, hast du mich getötet. Ich habe dich getötet. Warum hast du eigentlich jetzt Fuchs getötet? Ey, der hat mich voll erschreckt. Ich habe die Waffe rausgeholt. Ich habe meine Waffe rausgeholt. Du kannst mal schießen. Du kannst ja nicht. Ich habe mich voll erschreckt. Ich habe mich voll erschreckt. Wie habe ich dich getötet? Ich weiß es nicht mehr. Da. Alter. Was hast du euch denn gemacht? Du hast mich getötet. Ach so. Ich habe mich am Anfang angeschossen. Da kannst du dein Festerzumacher. Wer hat du von euch gerade geschossen? Ich nicht. Weißt du, was ich mega lustig fand? Und zwar, Stein hat so einen Tisch stehen gehalten. Dann habe ich ihm Headshot gegeben, ne? Und Stein hat wegen dem Tisch meinen Namen nicht gesehen, damit ich weggegangen. Ist doch wohl lustig. Ich komme mit. Okay. Loll. Wo kommst du denn her? Ein kleiner, kleiner Fernseher. Wo kommst du denn her? Kleine, kleine Pädophile. Das war ein Fernseher. Wo auch immer der herkommt. Wo kommst du dann? Ich komme hinter den Glas. Was? Oh, ich dachte ganz kurz... Ja, der hat mich angeschossen. Komm, hauen. Eiskalt. Ich habe einfach übelst verzogen, damit ich ihn nicht mit der Shotgun verschiebe. Oh, ich bin Detektiv. Cool. Boah, merkst du aber früh. Ja, ne? Hütte Julian, der ist bestimmt Traitor. Und der Schreie, ne? Komm mal, dann ist es Gamer. Und ich. Und wer gewinnt? Es bin nur ich drin. Das ist Gamer und ich. Was ist denn? Ein Unsichtbarer ist dabei. Ein Unsichtbarer. Da gebe ich Julian sogar auf den Richtig. Und ihn juckt es nicht. Das ist sogar ein Gamer. Wenn das gewinnt, ne? Bring mir Knives mit. Ja, ja. Sehr witzig. Kannst du... Wenn das die Plattform dahinten ist, ist der Marsch. Nur noch einmal schieße ich mich. Nee, nee. Jetzt brauche ich Glück. Die andere ist die andere. Ich schieße nicht. Gamer hat gewonnen. Ich kriege Knife. Digger. Der will noch ein Messer. Ich, ich werfe jetzt runter. Ich werfe jetzt runter. Ich bin unter. Nein, nein, nein. Ich bin schon unter dir. Geh weg, Alter. Ich schieße. Ich muss hacken. Thomas. Was seid ihr eigentlich an, ey? Ich hab Messer. Wer will abgestochen werden? Ich will auch ein Messer. Julian will abgestochen. Thomas. Ich bin nicht abgestochen. Alter, das ist für Stein. Ich sehe euch alle. Hast du's? Ja. Karls. 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 Ja. Ich bin hier. Das nächste. Juhu. Und das letzte ist für mich. Messer. Jetzt haben drei Leute Messer. Alter. Das ist ein Messer. Ich spring dich an. Ich spring dich schon. Ich spring dich schon an, einer Gau. Oh, nicht messern. Du kannst wirklich hin. Kommen. Nein, ich schaue. Ja, nein, ich bin da. Ich- Ach, meine's. Messer-Armee. Nein, ich- Oh. Alter, ich bin dich grad fast abgestochen. Alter, ich treme mich um den Eimer und stehe so hinter mir halt. Nicht rechtsklicken mit dem Messer, weil dann werft dir das. Meins! Das ist meins! Wemmer darf ich da mal werfen auf dich? Nein! Du wirst auf den da! Wir machen hier den Klappist. Wir machen hier den Klappist. Du machen hier den Klappist. Nein, ich mach kein Messer, fein! Ich wollte noch fein, weil wir brauchen mich zu zacken, dass irgendjemand schießt dich ab. Ey, auf wen werfen wir? Ey, die haben meine Personalität angenommen. Jetzt können wir nicht vertrauen, wer das ist alles. Ich weiß nicht mal wie ich hochkomme. Hä, das sind nur normale Messer und das sind doch eine Doppelgänger. Ach so, ok. Thomas, ich stöß dich ab! Alter, ich will das auf dem Kopf legen, was hab ich denn schon gesagt? Hier ist die Chakarnis. Geh weg, ich will Chakarnifen. Wo ist der, wo ist der? Irgendwo beim Sporen. Ist Steiner Chakarn. Wo ist der Weg nach oben? Da oben ist Thomas. Aber Thomas hab ich die ganze Zeit schon rumlaufen zu sehen. Ja. Da ist jemand tot. Lol. Der ist im Balkon, ist jemand tot. Wenn es jetzt Chakarn ist, ist es Thomas. Es ist eine Tatsache. Traust du mich, dass da hinten keiner rumsteht oder was? Nein, ich hab gedacht, jemand hätte seine Identität angenommen. Mal zur Sicherheit. Dein ist tot. Was ist mit Fox? Was ist mit Fox? Keine Ahnung, was ist Chakarn? Warte, Stein, 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 Stein. Wo ist Stein? Stein? Wo ist Steins Leiche? Herr Landruher hat dich doch gerade untersucht oder nicht? Ich hab die nicht untersucht. Wer hat den untersucht? Oh, der hat den untersucht. Der hat zuletzt gesehen, Thomas ist es Thomas, Thomas ist es Thomas, Thomas ist es Thomas. Hallo? Nein, es ist Thomas. Was da warst du? Doch, Thomas wurde zuletzt gesehen. Ah, Tarkan, Tarkan, Tarkan! Wo seid ihr? Tarkan, Tarkan und weiß ich nicht. Oh, sie ist auf jeden Fall hinter dir. Oh, sie ist auf jeden Fall hinter dir. Ähm, Gamer? Fox. Ich hatte... Tatsache! Also Gamer. Und ich hab gerade Fox gesehen und ich hab den nicht abgeschossen, weil niemand mir geantwortet hat. Ja. Dabblebowl. Was hab ich von dir bekommen? C4, Defibrillator... Oh, läuft! Wo ist Julian? Äh, wo Julian ist? Irgendwo bei den High. Warum? Ich hab dich vertraut. Ich hasse dich, Tarkan! Ich hab mich nicht mehr drauf! Ich hasse dich, Tarkan! Ich hab dir jetzt gar nicht den Weg gezeichnet, wie anders! mein ziel ich bin nächste runde am leben wenn man spiel schafft dieses spiel wurde mit der plattform kriegt man da kannst du auch sterben mit einem sehr hohen risiko wenn du das spiel schaffst dann kriegst du kannst du dir drei mäster holen und du bist im secret room wo man glaube ich gar nicht hier kommt aus dem block theoretisch stimmt ja das ist der raum da oben ist voll op wie kommt man da hin wenn man das spiel schafft habe da warst du drunter da wurde das knife von gelber anweilig wie kommt man dorthin er warst du glück meinst du mit dem wend oder meinst du jetzt durchs spiel ja wenn wir dort oben wenn aber der genau da muss ich dann hochkippen mit dem stück durch und jetzt so ein header verpassen aber ich bin ja auch Holy shit, Tarkovas hau ab, Alter, hohohohoho Mannes ist ... Ich hätt grad fast aufgedrückt, Mannes ist ... Ja, ich bin detektiv, du vollidiohn ... Ach, schon wieder? Oh, dann ist es Gamer. Das war andersrum, das war andersrum. Hey, okay. Lass mich auch killen. Gamer ist der einzige, dem ich grad eben irgendwie traue. Auch wenn ich weiß, dass das Gamer ist. Du hast mich auf Parvlife runtergeschossen ohne Grund. Traust du mir denn? Juna ... Juna ... Nein, wir da nicht ... Juna 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 ... Hast du grad die Säule zerstört? LOL ... Was? Ja, das musst du auch ... Die fucking ... Deine Leiche ist heavy. Ja, aber echt, Mann. Du bist echt fett. Wie viel Döner gegessen? Gamer. Oh, cool, wenn jetzt immer die Laser aktiviert werden ... Aaaaaah! Ah, halt, ne, gamm. Okay, Julian ist tot. No! Es war halt auch noch richtig. Pfff! No! 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 Juka, du weißt, dass du nicht reden darfst, wenn du tot bist. User joined your channel. Ist Laurie da? Hm? Jemand namens Karl. Er ist Karl. Hallo Laurie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mein Name ist Jim. Ich bin EG. Achso, Balthasar. Hi. Mein Name ist Jim. Hallo. Mein Name ist EG. Puh! Ich hatte gerade einen kleinen Herzinfarkt für irgendwie drei Sekunden. Und? Was ist das? Ey, ey. Ich hab dir nichts getan. Ich schieße ab sofort auf jeden, weil ich nicht mehr weiß, wie viele noch am Leben sind. Weiß ich auch nicht. Also, was bekannt ist ... Das ist einfach nur ein Defense-Maker-Sissen. Warte, was bekannt ist, ist, dass Gamer ist. Ich glaub, ich wüsste nach mal ein ... Ja, und dass Thomas tot ist. Und dass auch ... ähm ... der Date tot ist. Ich mach dir nix. Keine Angst. Was ist mit Steam los? Ey, ist hinten. Ey, Flo. Wie gesagt, ich schieße auf jeden. Ich hab's dir gewarnt. Ich hab's nicht gewarnt. Ich mach, ich mach dir wirklich nix. Ich hab nicht gewarnt. Mach dir wirklich nix. Ich kann das Ding von mir in den Ballackraum aufsehen. Ja, du hast ja dadurch nicht ihn treffen können. Ja. Ich bin nämlich gerade dreimal auf dir drauf. Da fährt schon mit dem Auto. Immer mindestens einer von uns. Das ist einfach ein Fakt. Wenn du es bist oder ich, dann ist mindestens einer von uns. Hilf uns frei noch, Theo. Ist immer so. Einfach Fakt langsam. Zu 90% ey. Ich hab's ausgekriegt. Ich hab's alle Folgen... Ich hab ihn in Slendermeld. Wenn wir drei mitspielen. Ich wollte es einfach wussten. Das ist mir bei der Zeit. Der Game hat so einen mitgegeben. Mit Ansage, ich war bis am Ende. Boah, wie du auf die Fresse geflogen bist. Ich dachte erst, weißt du... Stein war ja Tee und ich dachte erst so... Ja, der Stein jetzt, Fox, aber du hattestig am Leben, der nicht immer lebt. Hallo? Einfach, wo ich wusste, dass Todes ist Tarkan. Definitiv. Und den Rest habe ich ja noch untersucht. Also ich musste die beiden sein. Ich hab mir einen Rigger gekauft. Oh, ich weiß auf jeden Fall, dass der tot ist und der tot ist. Und da war der Rigger irgendwie nutzlos für mich. Ich hätt' einen Gegenstand damit geriggt. Das ist ganz nützlich. Wenn du einen Gegenstand riggerst und den dann abschießt, dann explodiert ihn und dann... Ich... Weißt du, Thomas schießt bis ab und ich hau's reflex 10 AP. Uiuiui. Das ist voll die geile Folge, Mann. Alter, ey. Pass auf, pass auf. Ich hab direkt einen Headshot kassiert. Ja, hinter dir. Pass auf. Volk, ich sag so... Ja, aber wenn man jetzt hier irgendwie mal das Ding aktiviert, dann wären wir alle tot. Jetzt weiß ich nicht, das Ding aktiviert, aber wir waren alle tot. Hey, ich bin der Headshot. Hey, ich bin der Headshot. Ganz ehrlich. Okay, es ist heiß. Luca, also... GOSKE! Okay, Jura, wo bist du? Spass. Gamer, kommst du mal mit mit? Nee, der was? Uh! Nee, der ist Tarkant. Was? Okay, Gamer. Oh mein Gott, ich hab so die Idee. Warte, gut. Achtung, Thomas, Zaubertrink, Thomas, Zaubertrink. So. Ah, kommst du kurz auf die Brücke. Wuhuu! Das war krass, ne? Hey, Mo, kommst du kurz auf die Brücke. Ich guck die. Die Pflanze hat du nicht. Ich hab nämlich eine supergeile Idee. Was hat die Pflanze dir angesagt? Es war ein Zaubertrink. Ich will schieten. Die Pflanze war schon tot. Julian. Ja, was denn? Ey, er schießt da. Und der eine fällt runter. Guck mal, so, Luca hat sich selbst umgebracht. Pater ist später. Thomas, äh, Luca hat sich selbst umgebracht. Wono, warte, du, ich schau mal nach. Luca hat sich selbst umgebracht. Ich sag da auch. Unter dir, du... Was ist es? Bin oben. Was hast du? Polidior. Das heißt, aus seiner Religion muss ich jetzt Traitor sein. Bin ich nicht. Rammische Theorie. Polidior. Wenn war Gamer und wenn war Gamer... Luca, du hast vorhin gesagt, zwei... Also wenn wir beide... War Gamer der dritte oder was? Weil wir gerade nicht richtig verstanden alle. Julian. Der DT geht jetzt das Spiel spielen. Das war ich nicht mal. Stein. Das war tatsächlich Thomas. Ich wollte es aber auch gerade machen. Ich wollte dich eigentlich, aber du bist guter Erschwung voll. Stein. Ich bin nett und hole dir den Tisch. Zwei Tische. Du brauchst zwei Tische um wieder hoch zu kommen. Oder sehr viel Glück. Stein. Bist du tot? Nein. Der hat versucht durch die Gleisdinger zu kommen, glaube ich. Hä? Ich glaub... Ich fall zu schnell. Anstatt den zu sch... Oha. Ach ne, ich kann ja so machen. Meine Maus spinnt grad irgendwie. Ich zittere voll. Also einer der zwei ist es. Ich hoffe auf die da ist es. Es liegt nicht an der Maus. Du hast Angst. Hey! Er will abgestochen werden. Hä? Messer? Bist du hochgeflogen? Ganz wild. Nein. Ich hab das Spiel mit dem Reppling. Okay, Morin. Oh. Okay. Nein. Ja, ich hol dir noch was, okay? Du kannst da raus. Das haben wir schon mal geschafft. Du kannst doch voll morgeln. Was ist das denn Scheiß? Alter! Was? Du brauchst noch einen Stuhl. Ich will kurz den Stuhl. Ich? Wer will ein Messer? Ich? Ja, komm her. Wo bist du? Ja, Messer. Schacht. Bist du mit dem Stuhl? Messer. Ich stehe da mit Steinbretten. Ich hab die Vorliegen. Ach so, okay. Ich bin immer bei der Suche. Willst du den Tor? Passwort? Äh, Moment. Warte mal, ich schreibe ich dir was. Nein, ich schreibe es. Ich schreibe es. Gib mir ein Messer. Willst du den Messer? Äh, Thomas, 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 Thomas. Ah, ah, nein. Bin ich nicht. Falsch. Du hast nicht zugehört, dass der Stein runtergespuckt ist. Oder? Bongo. Hallo? Ich hätte den Date. Nee, nee, hörst du nicht. Ist doch Fake. Guck mal. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich weiß wo du bist. Nö. Weißt du nicht. Doch. Doch, nein. Du hast auch ne Shotcut verpießt dich. Guck guck. Wait, wait. Wait, Wait. Ich brauche ein... Has das? Okay. Es ist ne schlechte Idee, aber... Ja, weiß wenigstens was. Übrigens Thomas ganz so zu... Oh, Sandbox. zu der info du hast ja gerade eben gesagt ja der ist runter gesprungen aber zu dem zeitpunkt wo ich war ja noch live für den zeitpunkt weil er mit stein ist gut bevor ich auch mal erst runter gesprungen er hat erst gesagt er wird runter springen ist aber nicht 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 um der ecke ist nicht mehr also nicht um der ecke ist nicht will man auch gar keinen sinn bildet mich wieder ich habe keinen mehr nur errorzeichen auf der ganzen wird die ganze mit ist bei mir nur lila und dann brauchst du die texturen warum kann jeder nicht nur von ebay das ist noch nicht die css ok ich muss den leiser machen wir auch immer gejoint ist das ist bald das ist es ist ja auch nicht sonst böse ich war genau gott ich hab den auf minus 10 gemacht ich hab ihn jetzt auf minus 4 minus 3 oh ich bin schon wieder däte bäste däte wieder aktiv moment ich werd ganz kurz moment also julian ist es dann komm mal mit das ist falsch also julian ist es komm wieder zu deinem Raum schacht whatever ah ich weiß was er gerade nicht ich schicke mal ganz kurz die texturen moment ich kann sie nicht mal hoch ist das ein beschiss so gamer kommst du mal kurz zu der lobby ich will was zeigen moment da sind theoretische texturen wenn du wirklich eingestellt wirst du die installieren wer auf und zwar musst du map content von css geh mal daraus um die texte aber sonst gibts keinen hey thomas ich habe was was ist denn was ist ich bin nicht im traitor Raum was der fuck ich stehe hier oben rum ist ein traitor Raum ok dann ist da julian drin was brauchst du so lange dann haben wir wieder die 90 prozentige Wahrscheinlichkeit was ist denn los alter ich schicke grad die texturen was habt ihr alle ich hab nicht zugehört was ist los dort rein da ich bin im traitor Raum ich bin im traitor Raum ich bin im traitor Raum sonst soll ich im traitor Raum sein ja das der schickt die texturen Luca guck wie ich dich so erahnt what the fuck ich hab grad die texturen geschickt ich hab im abon nirgends anderes gesehen ich sag der ist im traitor Raum weil ich hab im vorigen Reifen aufmsehen noch schneller am Anfang der Runde hey ich bin pro player ne what the fuck man ich bin oben auf dem dach drauf am Anfang der Runde bist du da reingelaufen eindeutig Junge bin ich überhaupt noch nicht ja jetzt kommst du davon ja genau da von da kommst du ist ok vielleicht weil ich seit 20 Sekunden vom Dach wieder runter bin was klar was gefühlt hey war jemand auf dem Dach am Anfang war ich auf dem Dach auf Vergabe das ist eine Auf Vergabe hab ich drei Infos gebaut und dreißen wirst du auf Vergabe hat jemand nur dann gesehen? auf dem Dach hast du ok ne der ist aber gerade auf dem Dach gelaufen ja ich war oben ich war oben im Schwimmbad da oben über dem Schwimmbad in der Ecke aber die schießen auf mich ok Luca 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 versprochen ich geh grad ne Runde auf Karim ich muss mal kurz bei den CSX-6-2 reinschauen ich weiß ja eh wer ist das also Julian? jaaa ja ich hab eben gehört dass da Leute gestorben sind ich isse das eigentlich ok das ist die Moment ich suche vielleicht ich glaub das war noch eine neben im Dach ah wie göttlich ja Luca ist tot Luca war Traitor siehste deswegen hat weißt du und Luca sagt die ganze Zeit ich wär im C-Raum gelegt sorry Stahl ich wollte das schon mal machen mit dem Windows-Sender aber dann wären wir alle böse das heißt entweder ich weiß wer der letzte Tee ist 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 wer denn? ich werd ihn nicht tönten warum nicht? weil er keine Texturen hat wahrscheinlich weil er kann auch Texturen sein ne ich hab keine Texturen und das bin ich 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 bin auf jeden Fall schon mal nicht Tee wer ist es dann? keine Ahnung aber für mich ganz groß und grün innocent aber weil ich keine Texturen hab sehe ich einen durch die Wand der neben irgendwelchen Leichen steht Buchstabium wallhack ne das sieht nur so aus also ähm ja kannst du mal bitte Leiche spielen ach so das ist kannst du Leiche spielen danke ähm hi you have nothing seen ich war's Luca hat mich einfach ich dachte die ganze Zeit alter was spielt Luca denn das zusammen man der ist mein Traitor-Kollege der ist im Traitor-Raum der ist im Traitor-Raum der ist im Traitor-Raum das hat ganz tief drinnen weh im Herzen ich hab das ich hab tatsächlich mich von den killen das ist das ist das ist gut Julian dann ja weißt du wie Stein gestorben ist wie Stein also ich hab gesehen wie Stein Tarkan umgebracht hat dann hab ich mir das Messer geholt ja Tarkan du warst außer dem Tod und hättest nicht schreien können welche Map wollen wir wir haben Bochobot hier ja ist egal es war 1 gegen 1 der Rutsch war die Chance trotzdem da dass es gewinnt also von da ist es hier ich bin wieder da Julian wenn ich Traitor sein sollte während ich noch am Texturen downloaden bin dann soll mich bitte jemand anstupsen der Traitor-Kollege ist damit ich weiß ok jetzt aufpassen dann mach ich wieder die Runde mit obwohl das ist eigentlich so dumm das zu sagen also Stein also ich hab gesehen wie Stein Tarkan umgebracht hat dann hab ich gesagt ey Stein komm mal her ich geb dir ein Messer nicht töten bitte und ich werfe einfach das Messer mit rechts Karl kannst du vielleicht einfach rausgehen da sind wir nämlich 7 und dann passt das auch von den Traitern her nein bitte bleib einfach drin weil ich weiß genau dass es jemand abfragt und deswegen ja aber das ist doch mal doof bei ne warte die Map hab ich doch da kann ich da drin bleiben ok siehst du Julian also hör auf zu holen siehst du jetzt alle ja scheiß Julian siehst du jetzt doch alle siehst du jetzt doch alle ja die Map hab ich ja die ist dann ne ok dann ist das ja sie dann ist es auch safe dass es an den Menschen ich dachte es wäre vielleicht alles dazu ja Julian ich hab ja mitgedacht ich hab nur 1 gegen den natürlich hast du mitgedacht natürlich hast du mitgedacht du hast dich bleibt natürlich nur deswegen gewinnen nein ich hab gewohnt ich weiß nicht ne wegen auch mehr auch nicht das weißt du genauso wie ich wenn ich wohne wenn wir hier wohnen wenn wir hier wohnen das tut mir leid ich hab nicht dran gedacht wir müssen es mal bei ulix raus machen Julian das kann man auch ausdauer machen ja so ja stimmt müssen wir echt mal bei Ulix raus machen dass wir gleich wieder bei Ulix raus haben das stimmt weil das wär echt mal ein Schiff weil das wär echt mal ein Schiff ne ne Julian hat gerne mehr war keine Rache nicht ja ich benutze sie auch ich benutze sie auch ich benutze sie auch ich benutze sie auch wir sind sofort nachgeworden aber Stein wenn du tot bist äh hör auf zu singen und allgemein bitte nicht zu viel singen hä er hat sich einmal gesungen während der tot war doch voll oft nicht einmal nicht wer du tot warst keine Ahnung weiß ich nicht ich hab's aber auch nicht gehört er war die ganze Zeit am Leben und ich kann's bezeugen er war die ganze Zeit am Leben ne der war voll oft tot und dann hat er das gesucht ne frag ich mich Stein war die ganze Zeit am Leben am Anfang vielleicht da hab ich dann aber auch gehört ja am Anfang ja wuuu aber ich wollte es dann nochmal sagen einfach hallo Gamma oh Gamma ist Detective welcher Traitor Halt die Fret warte komm mal her Julian komm mal zum Fenster warte ich hab hier vor dir komm mal zum Fenster oh fuck aua Julian komm mal zum Fenster okay bleib stehen bleib LOL er ist abgesnipe- worden Gelm er ist abgesnipe- worden LOL der ist tot ist der von oben abgesti- natürlich ist der tot wenn er abgestipt wurde von oben dann war es Thomas hier wurde nicht geschossen hier wurde nicht geschossen Lukas wenn er von oben abgestipt wenn er von oben abgestipt hat dann war es Thomas Lukas oben, neben Thomas. Thomas ist auch. Thomas ist da und habe ihn geklärt. Ach Julian, lad doch keinen Scheiß, du bisses. Mach fresse halt. Was ist mit Dipper? Ist der seriös? Nö, nie. Komm nicht mehr hoch oder runter. Was? Das ist das Problem bei dem Aufzug. Meint mal Miller nicht, meint mal Miller. WTF? Ja, geh nicht schnell, sorry. WTF? Nie, 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 nie. Hei Thomas! Okay, einer von denen ist da in der Schublade. Oh, nee. Lass mal nachfahren, haben wir Zeit. Okay, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Jetzt müsste Taka sein, oder? Wie seriös ist Dipper jetzt? Taka sein, Thomas, ja. Ich hab grad... Geht. Geht. So, willkommen zurück. Geil. Okay, jetzt musst du ein bisschen mehr aufpassen, bitte. Ich... Immer noch schon, da hinten im Wendt sogar. Er ist hinten im Wendt diesmal. Okay, warte, dann, äh, lass mal hier weg. Weißt du, Luca ist tot, äh, lacht er voll. Luca ist am Leben, ist er voll serious, ernst wie ein Tisco. Weißt du, okay. Boom! Ne, ich hab nicht gelacht, wo ich nicht war. Allein mit Raiderschwein. Alles hab ich nicht gesehen. Mann, ich hab mich wieder belegt schlecht, Luca. Ich schau da hoch. Ähm, drück einmal ab. Ähm, ich war zu einem gestoppt. Hätten die einfach gewartet. Ich wollt Julia mit der SW töten. Ja, weil sie hat euch gebracht. Ich wär innocent. Ich wollt ihn unbedingt... Ach so, an Luca meinst. Aber egal. Wir haben alle drei überlebt. Äh, wow. Und was bringen die Kills? Nichts. Die Credits haben ja was gebracht, weil ich hab Amo gehabt. Und Julian hat mich mit One-Sport gekillt. Das ist richtig. Ich hab auch voll daneben geschossen. Äh, die Amo hättest du ja auch ohne Main-Sport holen können. Und wenn Stu dann nicht instant Headshot getroffen hätte, wär ich gleich nicht downgegangen. Glück hab ich noch einen Punkt bekommen. Wär ich gleich downgegangen schon. Ohne Headshot auch. Äh, äh. Ich was zu sagen. Ja, Mann, ich häng dir gut aus. Also, wenn ich direkt einen Headshot doppelgekriegt hab von Stein. Ja. Ach so, Stein hat Thomas gesehen. Also, wie Julian Thomas getötet hat und Luca, äh, Julian. Oh, warte mal, falschen Stopp. Ach, Eno. Na? Ja, das würd ich auch sagen. Ja, genau. Game was Ding. Ach so, Julian, komm mal her. Lukas, komm du mal her, bitte. Ich hab auch den Detective Food auf. Julian, Julian, ich stehe. Ich hab den Detective Food auf. Ich hab den Detective Food auf. Der schwebt nur ein bisschen hoch, aber ich hab den Detective Food auf. Komm, bring dich um. Bring dich um, mach, komm, komm, komm. Ich will jetzt schon der Gamer, sonst schieße ich dich gleich an. Ich hab Detective Food auf. Ipprino. Ipprino. Was Kratzen? Ah, ich hab gedacht, du wär. Hättest mich jetzt getötet, du ein Gamer. Du Schweinehund. Du, du. Ähm, Julian, dann kannst du mal bitte den Detective Food. Ja, bleib mal kurz ruhig. Wenn du dich als Detective autest, dann töte ich dich. Ich hatte mich aber als Detective schon geahnt und das sah voll cool aus. Luka? Pau, 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 Pau. Ich schieße dir gleich in den Händen. Julian, mach mal was ich jetzt mache mit deinem Detective Food. Oh, schade. Julian, guck mal. Bis Komponato. Was denn? Holy shit, die sind alle drauf. Alter, ich geh jetzt hier weg, Alter. Du bleibst hier. Aber ich geh jetzt gleich jetzt hier hat, Alter. Ohne Spaß. Ich will eins weiter unten. 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 Nein, du bleibst. Doch, ich will eins weiter unten. Geh hoch oder stirb. Was? Junge, nein. Geh hoch oder stirb. Geh hoch oder stirb, Mann. Dann sterbe ich wieder. Julian, komm nochmal und zeig dich. Ich will dich anzeigen. Julian, bleib hier oben. Warum denn? Für Julian umkilln. Bist du jetzt schon übernommen oder was? Warte. Ich will Julian killn. Kann ich Julian machen? Ich hab ne Disco. Da wurde Disco hochgeworfen. Da wurde Disco hochgeworfen. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Du bist stuck. Wenn das jetzt ne Ding gewesen wäre, dann hätte ich jetzt sehr, sehr viele Probleme gehabt. Julian, wo bist du? Im Wend. Hier ist einer der richtige Disco-Kar-Fahrer, oder? Ich hab keine. Ich hab Magnetostick. Und ich hab unbewoffene. 12-3 für Luminosity. Das wird Luminosity machen, Alter. 12-3. Ja, für Luminosity auf T-Seite. Nix da. Nee, die spielen jetzt CT erst. Auf welcher Map nochmal? Warte, Luminosity hat 12, oder? Luminosity hat 12 Runden auf T gemacht. Und jetzt haben sie zu 10. Pau, 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 Pau. Ich kann's für Luminosity nicht. Pau. Ich wollte 37 Euro damit machen. Ich hab beschossen von unten. Pau, Pau. Beschossen. Okay, ich weiß nicht. Aber. Alles Wau, warte. Wir gucken. Guck ich. Ich, ich, ich bin echt. Hey, hab mich wieder umgeschossen, Luca. Hab Luca down. Ich hab... Bei CSGO hier, ne, Karl? Oh. Was? Boah, Gott sei Dank. Okay, aber ich musste mit dir anfangen. Sorry, das war das. Nein, Alter. Luca, was war denn das denn? Thomas schießt auf mich. Ich dachte, wir müssen es weiter. Mach! Der hat mich doch überhaupt nicht gesehen. Wo war Thomas denn? Der war ein Trucker. Der hat von unten hochgeschossen. Der hat nur auf mich geschossen. Der hat von unten hochgeschossen. Der hat auf Steineis gehalten. Weil er dich nicht abschießt. Ähm, nicht absch... äh, weil du Tee bist. Wer hat mich eigentlich getötet? Fuck jetzt. Aber das wäre perfekt. Ey, ich. Was, du hier? Was, du denn hier? Nur ich hab... Genau, nur ich krieg Minuspunkte. So ne Scheiße. Ja, scheiß nur. Der, wo am Anfang runter wollte, der Erste, wo runter wollte, hat sofort ein Headshot kassiert. War ich. Julian. Weißt du, ich wollte gerade sagen, dafür hat Luca immerhin verdiente Minuspunkte gekriegt. Guck auf Tab. Ja, ich hab Minuspunkte. So ne Scheiße, ey. Und Luca kriegt auch noch Pluspunkte. Du wolltest es abhauen. Verdient. Ja, ich weiß nicht, wer hat eigentlich mich getötet? Ne, ich hab keine Pluspunkte bekommen. Takan. Ne, aber insgesamt... Hä? Takan war mein später Kollege. Was bin ich? Ereignisse... Jetzt kann ich sie nicht mehr sehen. Scheiße. Inno schon wieder. Alter, was geht hier? Das ist Takan. Ne, jetzt sag ich bin wie das. Wir einfach alle oben waren. Ich bin jetzt vom Dach. Ja, ey, 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 ey. Wer jetzt einfach sagt, dass ich spinne... Wandergrat. Schüsse. Nein, dann spring ich vom Dach. Dann spring ich vom Regal runter. Ich hab gedacht, dass ich dich nicht gesehen habe. Dann muss ich nicht mit dem Regal runter. Da muss ich nicht mit dem Regal runter. Einer vom Dach hat mich eingefassen. Erschießt. Einer vom Dach hat mich eingefassen. Ich mach nur das Combo hoch. Da müsste es wirklich gewesen sein. Okay, naja. Da war ich's. Okay, äh. Ich hab noch alle Schuss. Ja, ich war's nicht. Wie alt ist Balthasar? Ich bin 17 Jahre alt. Der weiß nicht, wie sind zwei Leute zu hell? Nur hier sind zu viele oben. Takan, guck. Aber bei einem Karten waren es ein Alper? Ich war nur als Einziger hier oben. Hier. Das gab nichts anderes. Da wurde was geworfen. Meine Digi war immer sehr zu leer. Incendary! Geht weg von der Kiste! Geht weg! Ja, dann wirf doch kein Incendary hin, du Spast! Wee! Du Spast! Thomas geht wieder zurück. Äh! Ich bin tot, Thomas. Alles klar. Nee, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Er hat doch gesagt. Warum schmeißt du dich die ganze Zeit? Julian, er hat Thomas gesagt. Ja, eben. Aber dein Stein hat gesagt, ich wär's gewesen. Boah, Alter. Ich werf keine... Ich werf keine Distur... Doch, jemand ist gestorben. Takan! Ah! Ja! Was passiert? Äh, da wurde gerade einer abgesnippt. Wee! Äh... Was? Da fuck? Ich hab einiges da mal gehört. Äh... Wurde gerade einer abgesnippt da hinten? Nein. Hat die Fresse. Wurde auch abgesnippt. Ich war's nicht. Einer ist hinterm Truck. Nee. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah! Hätte ich auch nicht erwartet. Das war ein Team Team hier. Das war ein Team Team. Das Kompus hintereinander geworfen und irgendwie sind drei Leute danach. Ich hab keine... Ich hab keine Diskus geworfen. War alles meint. Nice, Leute. Du hast mich beide getötet damit. Gut gemacht! Hm. Warte mal, ähm... EG Enos. EG Enos. Ich find's einfach schön. Ich krieg ja... Mir sind die Punkte wieder... Oh, ich hab vier Unschuldige getötet. Ich hab immerhin... Oh, Diskus ist ja noch mein Kopf hoch. Immerhin hab ich meine sieben Punkte wiedergekriegt. Team Bonus. Scheiße. Nein, das ist interessant. Nein, das sind die Ressourne meine. Äh, weil... Ich hab noch einen einzigen... Mit einer Unschuldige eingekriegt. Mit einer Unschuldige eingekriegt. Die Diskus waren alle meinen, verdienst. Übrigens hat keiner von oben geschreitzt. Nichts, nein. Jetzt müsste es eigentlich schon mindestens 1515 ist es auf jeden Fall schon. Wer jetzt noch... Oh... Wahrscheinlich auch euch das bleibt für den jetzt auf jeden Fall, es wurde nicht geplantet. Alles, nein, ich sehe schon... äh, 1515 ist schon... Nix da. Oh, oh, oh. Wenn du mir Spoilers was am Ende passiert, hasse ich dich finden, wenn sie für mein Leben lang. Was, was Spoilern? Wer gewinnt. Wieso? Wie spielst du das? Weil ich... Weil ich... Weil ich will das nicht. Aber ich mach Antichristi. Das nennt sie. Weil wenn mir jetzt erst die Runde vorbei ist. Ah, das ist ob... Ähm, was soll ich sagen? Ja, und ich hab das... Mensch, wir haben halt jetzt erst mal eine halbe... Mauer lang stammt. Gamer. Oh, ich hab mich gescheitzt, hab mich gescheitzt und bin fast tot. Scheiße, ey. Durchschlag noch vom... vom Bett. Bei einem Meter verliere ich 17... äh, 17... 11 Dollar oder ich hab meine 6 Punkte nicht. Bin geschossen, Fox hat mich vielleicht heilt. Hallo. Äh, ich weiß nicht wo du bist. Ich bin... Wo bist du? Weil halt auch Julian hat schon niemand gekriegt. Ja, hier, Fox, Fox, Fox. Ich wurde grad ab... ja, ich bin bei dir. Ich wurde grad da oben abgestanden. Ich hab keinen Punkt. Ich guck jetzt beim Bett. Ganz ehrlich, Julia. Niemand ist beim Bett. Ich wurde gerade abgeschossen, ich hab... Keiner ist tot. Niemand ist am Bett. Und ich auch nicht geschossen. Ah, woher weißt du, dass keiner tot ist? Ja, ich geh davon aus, weil ich nicht mehr was gesagt hab. Du kannst ja nicht sehen, weil... Ja, 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 ja. Bei der Tür, bei der Glastür ist ein Schussloch. Boah, Alter, ganz ehrlich. Ja, ich seh's. Früher war ich in der Trücke. Da wurde auch nicht geschossen. Abgeschossen. Früher hatte ich ihn schon längst abgeschossen bei so einem Tag. Ich wurde angesteilt und du willst mich töten? Was hast du denn für eine Logik? Irgendwie komm... Wir könnten sequisieren was, wie wir gedacht. Maulwurf. Was machst du Maulwurf? Du musst jetzt Julian killen, weil das schon wieder so ausspät, dass ich wieder ein Adapt bin. Hä, Junge, du, du, weißt du, ich wurde angesteilt, du beschuldigst mich und dann sagst du jetzt auch nur, dass ich dich töte. Das ist ein Insiderary, glaub ich. What the fuck, man. Luca, was hast du denn schon wieder für eine Logik? Ich muss nur einfach dich töten. Alter. Ich muss... Ich wurde von Crater an gesnipet, ja erstmal durch... Also ich glaub, dass Luca recht hat. Alter, what the fuck, was hat der für ein Gehirn? Ey ganz ehrlich, da ist einer schnipet. Hundertprozentig ist da schnipet. Ich wurde angesnipet. Hundertprozentig ist da einer schnipet. So, wenn ich, wenn ich... Okay, Luca, Luca. Luca. Ah ja, du siehst den ja. Du siehst den ja. Wenn ich irgendwo eine... Im Ding eine Leiden finde, ich... Einer ist tot. Irgendwo ist einer tot. Ey, ist gerade gestorben. Ey, vielleicht. Achso. Ich frag, wo ich... Okay, was war der denn da jetzt haben? What the fuck? Was war das? Ist jetzt gerade jemand... Oh, ist einer gestorben. Ein Fallschaden, glaube ich. Ja, hier unten auf dem Brett. Auf dem Monopolybrett. Und der ist nicht durch Sniper-Schüsse gestorben, Luca. What the fuck? Sondern durch Fallschaden. Läuft. Warum warst du es davor mit dem... Boah, was? Ich hab den überhaupt nicht... Alter. Hab sich Julian jetzt auf einmal selbst angeschossen, oder was? Ja, ich hab ihn auf jeden Fall selbst angeschossen. Flo hat gesagt, es sind zwei Schüsse. Alter, warum hast du doch nicht geschossen? Ja, aber jemand alles zusammen auch hat vielleicht auch gestorben. Das ist... Das ist nicht... Es ist runtergelaufen. Gamer, warum ist er alleine gelaufen und unidentifiziert? Ich glaub, Gamer ist es. Hä, wo? Da! Hä? Ich bin hier hin und dann runter und dann... Stein wurde weggesniped, aber er wurde durch den Autosniper weggesniped. Headshot und davor und daraus kann ich mich lösen. Alter, Hawks. Was war das? Ich hab die ganze Zeit meine Diegel in der Hand gehabt. Der Inno-Set von euch kann auf die anderen beiden schießen. Auf alle anderen drei. Ne, du bist der Traitor. Ich bin nicht Traitor. Ich wurde angesniped. Natürlich, Luca hat sogar gesagt, dass ich... Ja, und? Okay, also seid ihr beide schon. Okay, ihr seid auch euch mal schießig. Heißt, der letzte entweder Tarkan oder Gamer sind innocent. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich hier bei dir bin, dann... Ich glaub, Luca... Ja, natürlich, du beschuldigst mich doch durchgehend. So, Lukas down. So hast du... Nein! Das kann nicht wahr sein. Ey, und? Ich will mal ganz kurz... Wie kann man denn so Traitor spielen als Innocent, Mann? Julian, Julian, Julian. Sag mal leise. Ähm, Stein hat sofort wieder einen Traitor von mir kassiert. Wie kann man denn so Traitor spielen als Innocent, Luca? Wie geht das denn? Ach, tut mir leid. Ich war... Ich hab's... Was hast du eigentlich gemacht? Ja? Die zweite Runde in Folge durch Discombolator gefahren. Ich hab keine Ahnung, der da durchgeschossen hat. Aber ich kann jetzt sagen, von wo der geschossen hat. Ja, vom Bett aus oder nicht? Nein, unterm Bett. Äh, Walter, das tut mir leid. Ich hab's auf deine Waffe abgesehen gehabt. Nicht auf dich. Ich hab's auf deine Waffe abgesehen. Alles klar. Ich hab sowas von hundertprozentig gedacht, dass es Julian ist. Ich wurde... Weißt du, ich wurde angesniped und Proven Eno. Und Luca spielt das Game so, dass er den Proven Eno die ganze Zeit beschuldigt. Natürlich schieß es hier dann ab. Ja, ich hab Luca ganze Zeit daraus, äh, gemacht, dass du dich anschießt. Wie, siehste? Es klappt doch, wenn ich T bin. Auf einmal bin ich Zweiter. Und nicht mal Voller. Alter, ohne Spaß. Wie kann man denn so Traitor spielen? Warum dachte ich, dass ich es bin? Und ich wurde angesniped. Einfach mal Luca, immer zu still. Ja, und ich kann's dir viel sagen. Das sagst du öfters. Und sagst, gib mir ein Hilo, obwohl du T bist. Und ein Hilo willst, dass du wieder gescheit killst. Ach, Granate. Das ist so oft zu gepasst. Nein, ich sag das aber im Moment. Das sind Disco-Mulator-Kinds. Aua, ich bin... Sorry, 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 sorry. Ich dachte, die Runde geht noch nicht los. Boah, gar nicht mehr. Ist mein Ernst? Sag ich noch was. Ich steh oben auf der Gart. Warte, warte. Ja, hau mir einen Fuß. Du warst ja einfach nur dumm. Das Schlimme ist, dass ich jetzt mal wieder besser war, als du. Deswegen ich wieder die Minuspunkte kassiert hab. Ja. Falls du du später warst. 90. Ich bin gerade im Chat deiner Augenblick. Ja, ne, sag ich mal. War keine Absicht. Ich dachte, die Runde geht noch nicht los. Das ist das, was mich am meisten ärgert, dass ich jetzt wieder die Minuspunkte kassiert habe, weil du wieder zu schlecht warst und mich zu töten. Nein. Hallo, Thomas. Hallo. Ja, ich lebe noch. Dein Stein. Boah, ist es schon wieder jetzt. Ja. Boah, Junge. Dying, don't run away from me. Wir haben runtergefahren. Ich muss immer hier gucken, ob hier eine Bombe liegt. Echt? Gib mir eine Alte mit. Muss man das? Männlich zu sein, glaube ich jetzt, dass Julian und, äh, Luca. Was? Wir können überhaupt nichts gemacht werden. Weil du zu nett bist. Du bist zu nett zu dir. Okay, wo ist er? Wo ist er? Luca ist zu nett zu mir. Steigen, wir sind drei. Ich guck mal. Wo ist er? Sagt mir, wo er ist. Ah, er ist wieder angeschaut. Warum willst du denn jetzt mich töten, Luca? Weil die gesagt, dass das hier bei uns sind. Warum? Ich hab dir vertraut, Fox. Hä? Ich bin richtig verwirrt. Luca, bist du... Hast du da sowas genommen? Oder warum spielst du so? Ähm, das ist auch... Ich hab dir vertraut, Fox. Also du hast die gekauft. Keine Ahnung von irgendwo. Äh, äh, äh. Hä? Ey, warte, ist das Tarkan? Ich seh keinen, ich seh keinen der Sniper. Ich hab das Sniper hier. Ich bin Proven. Ich bin Proven. Ich bin Proven. Alter Tarkan, heil mich. Heil mich. Warte, warte. Guck mich nicht an, bitte. Ich kann dich nicht noch... Ich kann dich nicht so... Ich kann dich nicht so... Boah. ZEM. Ich werde jetzt eh gleich wieder gesloy. Gesloy. Maulwurf. Nein. Da ist es. Der hat Thomas umgebracht. Boah. Oh, jetzt hab ich natürlich gesmoked. Ihr findet mich nicht. Boah. Jetzt kommt Scheisse. Ihr findet mich nicht. Achtung, Moint. Ich rette dich. Oh, 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 oh. Ich brauche Rettung. Okay, dann. Heiße, du hast Klick gemacht. Klick. Oh, Scheisse. So, ähm. Wüsste ich natürlich gerne, wo Fox geschorben ist. Ich weiß, wo Fox geschorben ist. Und ich weiß auch, wo... Wo? ...dass der in der Schubkarre kämpft, dass wir den nicht bekommen. Wer ist der Trailer? Äh... Achso, Stein ist... Detective wird doch leben. Immerhin. Nicht der. Ja. Okay, dann weiß ich ja schon mal, wen ich abschließen muss. Quasi jeden. Hm. Kann man zumindest so sagen. Tarkan. Sorry. Alter, Fox. Äh... Ich hab einen Trailer angeschossen und hab gesagt, mir die Trailer warnt. Vor allem, ich hab nur Witz gemacht angeblich. Aber es gab ja... Das war so geil. Tarkan stellt sich an. Einfach neben meine Bombe. I don't care. Ich fand das so geil. Wie ich wieder beschuldigen musste. Ja, schon wieder, Mann. Luca spielt einfach so... Boah. Immer wenn wir in dem selben Team sind, spielt Luca gegen mich, ey. Wenn Luca gegen mich spielt, würde ich einfach sagen, okay, der ist mit mir in dem selben Team. Wenn ich einfach wusste, dass Luca das ist, weil der zu nett zu mir war. Das ist das sicherste, was du machen kannst. Du warst zu nett zu mir. Wieso war ich zu nett zu dir? Ja, aber... Ich bin zu viele Mino-Punkte. Ja, aber... Ja, aber... Ich bin zu viel Mino-Punkte. Ich bin zu viel Mino-Punkte. Und, ey, wurde Julian beschuldigt? Julian war halt länger kein Team mehr, also... Bist dann halt auf eben das Kameradenschwein. Julian war erst vor drei Runden Team. Ey, jetzt... Ja, und das ist... Aua! Ich hab den Diegel. Ich glaube, ich... Ach, nee. Ach, komm, Neko. Ey, Flo ist das Ding. Also muss er Julian sein. Ey, aber bei Flo, das ist doch bei Gamer. Alter, ich muss mich krass. Ja, bei Flo, bei Thomas, bei Gamer, bei Tarkan, bei Dina, bei Karl... Weil du selber bist. Ja, ich bin's immer. Ja. Okay, also wenn ich selber bin, würde ich Julian auch instant als Freiwild teilgeben. Wow. Ja? Ja. Oh, er ist der Smog. Da kann man dem Smog den Namen nicht sehen. Hey, Julian, was ist der Smog? Weck? Ich hab nix geworfen. Ich hab mal eine in der Hand. Ja. Okay. Moment, ich hab... Moment, warte, warte, warte. Moment, ich versuch mal ganz kurz. Okay, dann ist's gut. Moment. Oh, hallo. Hey, ich hab fünf Schaden gekriegt. Ich bin Traitor, weil ich wurde angestript. Ich bin Traitor, weil ich hab fünf Schaden gekriegt. Ja, das hast du gar runter geworfen, Tarkan. Ja. Jetzt sind wir beide Traitor. Jetzt sind wir beide Traitor. Oh, shit, das funktioniert nicht. Julian, ich... Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ähm, das sind welche gestorben, oder? Julian, was ist passiert? Das war mein Feld. Ich kenn's selbst. Alter. Selbst töten ist nie an oder so Luca. Wenn du... Doch, weil ich wieder gekriegt hab. Luca, wenn du... Guck mir, hätte ich selbst getrunken. Du Sack. Ein... S, Edo. Ich komm, S, Edo. Ich komm, S, Edo. Nicht mal getroffen. Was du da? Ich seh's nicht. Ich kann's nicht sehen. Au. Achso, Luca ist auch. Da ist noch jemand gedeiht. Alter, die Wind ist voll gefährlich. Diana 2.0. Einfach mal selbst aufhelfen. Dann war T. 16, 16. Ups, hall. Ich bin ausgerutscht. Hallo. Für mich, du hast... ...aufgeschossen. Ach doch. Oder tatsächlich. Danke. Ah, joo. Joo. S und A-Bot an. Julian, ich hab einfach A-Bot an. Ich hab zwei HP und S im Vent. Ja. Warum bin ich nur im Vent? Noch einmal? Ne, ich guck nicht. Ich guck nicht. Ähm. Hallo Typ. Hi. Irgendwie verwirrt Secret Hitler. Äh. Da. Kauf dir was schön. Hübsches. So. Ähm. Glaub die trifft die nicht. Ich hab ne schöne Idee. Ich will ihn einfach damit umbringen. Jetzt richtig hingucken, wenn ich da reingehe. Du müsst im Vent sein. Ein Bomb Station. Nee. 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 Ich hab gesagt, der ist im Vent. Ah, gut. Ich soll den dritten mit dem Newtonwerfer. Okay. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. So. Man, man hat keine Healing Station. Das ist so kacke. Er rand raus. Nee. Okay, dann mach ich... Ich hab bisschen Spaß. Ich glaub dein Plan... Nein! Ist nicht so ganz ausgegangen. Oh, bist du vollidiot! Das ist so viel Spaß. Klasse. Spiel minimiert. No! Du Headglitscher! Wo ist der... Rampe. Nein! Okay. Gehnliche Information! Nein! Oben! Eck! Oben! Ich hab mir nirgendwo geschossen. Hörn hat's und Video. Thomas, du bist ein Vollidiot, du hast dich mit deinen eigenen, äh, ich freu mich immer noch, wie man so dämlich sein kann. Ey, ich hab mich auch selber runtergeworfen mit einer Disco. Ich glaube, das zählt leider nicht. Ich war voll nervend aufhalten. Pst, wie? Ich hab mich nicht selbst getötet. Ich hab's ja gerade hören gesagt, wenn ich ihn außer Sehen jetzt noch mal kille, ohne dass ich davor auf ihn hetze, so wie jetzt gerade mit dem Kugelschuss, dann kriegt er mal nice. Ich hab mir auch einen Jukenlauncher gekauft. Weißt du, weißt du, ich bin einfach... Und Fuchs hat mir eisgarten Headshot gekriegt. Ich hab versucht, auf den Lieferwagen zu springen, war noch 34 HP unten, ne? Und Luca robt einfach her und schießt mich tot. Ich bin so, boah, aber ich wollte dich mit dem Jukenlauncher da rauskriegen. War ein Headshot bei einem. Ja. War's ein Headshot, echt? Ich hab mich nicht einmal getötet auf dich, das war einfach hochgeschossen. Das war das komische, Julian. Ja, das war halt echt nicht schon, lol. Diese Hallenbeinheit. Es ist 8%ig. Der ist gerade hier 8%ig. Der Stein tötet sich selbst. Brüder, die Hunde tötet sich selbst. Ich hasse. Ey, ich hab mich nicht selbst getötet. Das Spiel ist so, scheiße. Habt ihr auf dem, auf dem Subway? Wurtus kommt zurück, Wurtus kommt zurück. Ach so, ich hab gedacht, dass ich mit deiner eigenen Zivier... Wurtus kommt zurück. Wenn du Scheiße geschrien hast, dann genau den Demo. Die was, Alter? Wurtus kommt zurück. Schwimmbadmär, wir haben wir. Wurtus kommt zurück. Wurtus kommt zurück. Wurtus kommt zurück. Wurtus kommt zurück. Ich bin schon ziemlich traurig, weil sie so weit zurückliegen. 8%ig. Stein, du hast kein Player-Model, wie du dich bewegst. Eine Steine. Gefliegt. Zum Game Over 1. Ich bin Game Over 1. Ich hasse Discounts, hab ich euch schon mal gesagt. Und noch eine. Das ist cool. Hier oben ist es voll gefährlich, wenn man... Das ist scheiße. Nicht alleine hier oben ist. Da stehen zwei. Ich stacke, ich stacke, ich stacke, ich stacke. Jetzt nicht mehr. Ich hab Angst. Wurtus dann mit jemanden, ne? Weiter welcher in der Waffe. Ist da noch einer? Kein Interesse. Hallo. Ich mag meine... Ich mag meine Glocke, dieses. Goldene Gun ist random, haben wir gesagt. Nur auf, äh, hundertprozentig Trend. Ja, später darf man hin. Ich hab Angst. Ah, Jürgen. Falls ich stehe. Nein, das ist Jürgen. Oder der hinter dir. Oder der hinter dir. Steine. Da ist ne Disco-Grasse mir rübergeflogen. Sorry. Ich wollte es einfach nur machen. Überstand der Töchter, wer hätte dich jetzt nicht getötet? Einfach, damit du dich als Erster ansteckst. Schöne was Aspekt aus? Und nochmal, diesmal ist das ne Rauchgranate. Auffass nach weekend. Aufwand, den land guckt der Rauchgranate. Achtung! Wer rr plu? Achtung! Woher kommt die Rauchgranate? Guck mal! Oh, ne! Ben ich im Himmel? Ey, meine, daraufhin spreche ich dich endlich. Lektronzen. Äh, Lucas hab ich nicht. Aus das, ne... Oh, eine Sauna. Dahinten ist eine Kartoffel LB. Eine Kartoffel LB. Haha, der ist gestorben. Du Arsch, das war meine Feuergranate. War das die Absicht von ihm, oder war das gerade Thomas, der einfach... Ne, der ist absichtlich da reingelaufen, das war schon vorher da. Entschuldigung, Alter. Thomas, versaut hin, hin. Warum? Ich mach's weiter. Oh, Mann. Was dafür? Ich würde mir ein Headshot geben, glaube ich. Was hat sich dazu ungeboten? Was passiert? Ach, das ist... Ach so, das ist gerade... Der sich durch meine... Ach so, nein, 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 das ist nur dein Täter-Kollege. Ich stretche ein bisschen so. Der hat mich verdient, wieder zu... Der hat mich verdient, wieder zu überlebt werden. Gucken wir dann. NOL! 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 N-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Oh, der ist schon wieder da unten irgendwo am Ding. Boah, ich wollte gerade fast mit der Golden Gun auf den Innocent schießen, ey. Hey, das wäre ziemlich scheiße gewesen. Lass mich raten, ich bin alleine gegen drei. Was? Was? Ja, jetzt... Oh, ich wollte... Oh, Mann. Jetzt hab ich... Ich wollte dich wieder beleben. Wie viele Minus-Pilze hab ich bekommen? Äh, Balthasar, ich hab dich nicht... Ja, du bist von mir. Minus-Pilze? Ich hab dich das erste Mal richtig verschont, das zweite Mal konnte ich aber nicht mehr. Ich wollte das Game aber dann wegkommen. Wenn du mal den Dings runtergepresst hast. In die Ecke rein. Da ist der Babo-Looter. Alter, ich hab minus acht Punkte. Häh? So dann. Nein! Wie ich doch... Wie ich doch ganzes Magazin für der Glutmann über auf Thomas aufgeschossen hab. Warum hab ich eigentlich immer am meisten Punkte? Das macht irgendwie keinen Sinn. Warum hab ich nichts Dummes machst? Dem ging's jetzt zu mir, der immer irgend mitn random killt. Ich hab da gerade auch gar nicht random drauf geschossen, dass ihr Traitor wart, aber da wusste ich ja nicht. Ja, das war ich zu dem Zeitpunkt. Ja, Pech gehabt, das hat aber Punkte dir gefallen. Hey, du hast doch... du hast doch Gamer getötet. Hab ich? Ja, ohne Grund. Er hat Stein getötet. Stein, nein. Stein war nicht. Stein war nicht. Ja gut, du bist doch der Einzige, der sich disguiset. Nee! Nee, ich mach's auch manchmal. Ich auch scheiße. Ich auch, aber vor allem... Ah, fuck mal, das kann ich wahr sein. Ich würde jetzt... Wisst ihr, was ich übrigens lustig finde? Jedes Mal, wenn's darum ging, ob wir in das Gleise rein oder raus machen, und du jetzt mal gesagt, du bist doch der Einzige, der benutzt Julian, weißt du? Und jetzt sind alle... Meine Fresse. Bitte den Detective Call machen, wenn der Leit umfinde. Jetzt schon wieder so nah ist. 14.9. Scheiße, ich flieg runter. Nein. Moment, ich mach einen Detective Call, sobald ich die Leiche finde. Moment. Wenn der Innocent ist, ich kill dich, Julian. Ist mir egal. Was hab ich denn gemacht? Hä, ich hab den doch gar nicht gefunden, aber warum denn mich töten? Was hab ich denn gemacht? Was hab ich denn gemacht? Ja, suchst du einen. Ja, tue ich doch gerade. Warum soll ich dich eigentlich suchen, wenn du mich dann nicht tötest? Warum soll ich einen Leicht umfinde, wenn du mich dann tötest? Was hab ich denn überhaupt gemacht? Fick dich. Mich hat doch überhaupt nichts gemacht, Mann. Schon ist doch jemand verreckt, halt die Fresse, Julian, da ist gerade jemand verreckt. Schon ist jemand verreckt, ist die Fresse, Julian, da ist schon wieder jemand verreckt. Schon ist jemand verreckt, ist die Fresse, Julian, da ist schon wieder jemand verreckt. Wenn du übrigens die letzte Runde nicht Games ergelaufen wärst, dann hätte ich dich verschont. Würdest du mir die Schnauze halten, würdest du wissen, dass ich gerade angeschossen werde und zwar? Ja, von wo? Kann er leider nicht mehr sagen. Er ist schlecht. Was? Warum kann er das leider nicht mehr sagen? Vermischt! Ich töte ihn die ganze Zeit! Warum, Fox? Oder wer ist das? Hä? Warum? Hä? Keine Ahnung. Ich bin hier! Thomas, ich töte nicht meinen Haufstein. Oh, letzte Runde, scheiße, was will denn da? Wen soll ich nicht töten? Achso, Stein. Oh, nein. Lebt doch irgendein Innocent. Das ist immer der Erste, wo man hier verreckt. Ich töte ihn immer als erstes. Weißt du, dafür wir steigen, dafür wir steigen, mich töten. Was ist eigentlich Lukas Leiche? Oh Gott, der ist oben, oben, auf den Schränken. Wer denn? Nein, fresse. Wer denn? Thomas Tod. War Thomas Trader oder Innocent? Ich vermute mal, er war T. Ja, er war T. Ja. Ja, dann lass. Tag an, oder? Ich hoffe mal, Tag an ist es, sonst schieße ich gerade auf den Falschen. Gut schon. Ich bin daneben, meine ich nach. Ah, fuck, Mann. Hey, ich habe immerhin eine Bombe für Exkursion entschärft. Echt? Ja, die zweite Band war halt nicht mehr. Nein, Luger! Bip, 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 bip. Ich hab drei Bombe, meine ich. Alle. Alle ihr. Ohne Spaß, Stein, warum wolltest du mich jetzt töten eigentlich? Weil er Luca nachspielen wollte. Cool, cool. Warum bist du eigentlich gestorben, Luca? Wo ist deine Leiche? Weil ich runtergesprungen bin, außer es geht. Da ist eine Leiche. Das war gleich einfach nur aus Rage. Hab ich schon gesagt, dass du das passt. Und warum dann mich? Ich muss nicht! Weil du mir grad voll auf die Eier ging. Was hab ich denn gemacht? In der Situation? In der Situation. Perfekt, ich hab so Bombe gelegt, Bombe gelegt, Bombe gelegt. Okay, die erste Bombe, die hat nichts gemacht. Aber ich hab nie gesehen, dass du direkt neben der Bombe warst. Ohne Spaß! Du setzt ne Bombe gehen, obwohl ich stehe! Ich fand doch sonst so. Ich guck dich an, ich guck dich an und so. Wieso? Na ja, ich wollte eigentlich, dass du rechtzeitig noch wieder weg gehst. Aber du hast das perfekt gebaitet. Du bist gestorben und hast Gamerhin gebaitet. Das war so perfekt. Was? Ja! Ich wurde dort campen. Welche Zweite? Welche Zweite? Ich hab drei Bomben gelegt. Eine, eine, eine neigt direkt neben Thomas Leiche. Ganz ehrlich, ich dann disconnect dich will. Ich hab öfter noch keine Texturen. Ich wurde weggesniped. Ich habe die SLB-Server-Kollektion komplett gedownloadet und trotzdem hab ich diese Texturen nicht. Es tut mir leid, es ihnen sagen zu müssen. Aber dann liegt das eigentlich an die Texturen wirklich. Äh, Julian, Julian hat den ganzen Workshop gedownloadet. Sonst hab ich die ganzen Half-Life 2 und die ganzen CSS-Texturen hab ich ja alle. Das Problem, was du hast, ist schon so oft aufgetreten, aber nur bei Leuten, die halt die CSS-Texturen nicht hatten. Vielleicht musst du einfach in diesen Ordner nochmal reinziehen. Hat er nicht die... Das war ja... Man kann doch deinen Workshop abonnieren, deine ganzen Sachen. Hat er ja schon. Achso. Mist. Hat er auch die ganz neuen Sachen? Oh, meiit. Ja, er hat, er hat's vorhin erst abonniert. Achso. Naja, ich hatte ja vorher schon den ganzen Mist dabei, aber das, was... Da war nichts Neues dabei. Könnt ihr mal aufhören? Da war nichts Neues dabei. Ich hatte... Ich mach nix. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, das ist wirklich kacke. Den Link geschickt und von dem hatte ich eigentlich schon alles. Warte, du meinst bitte nicht töten, ich muss was nachgucken. Ja, mich besser, ich spiert grad Clash royal. Ey, ich muss schauen... Wer schiebt mich schon wieder ab, wie ich auf linke. da kreckt mich und mich schient die Taiwan Türmen ab. Ich hörjde die hier aus und mach' wir mal mal Armantreybeure…. Am Carce Tu'm ich hab' Himmel-Au prawnen... Ähhhhhhhhhhhhhhhhh... Warte einfach mal die letzte Reiko... Wie ist das awful Simonrender? This is disconnected from your channel? what will da sein? Ja. Julian! Auf, äh... äh.. Fick dich Julian. Nehm ich jetzt auf? Deines! Wahrscheinlich werde ich jetzt eh weggesnackt. Drei, zwei, einer ist tot. Ich bin eh noch. Guck mal, links neben, äh, rechts neben dir. Echt? Rechts unten. Und das ist ne Leiche. Rechts von dir. Er ist so schön. Ich hab sogar verloren. Das war Flo. Ich hab mich außer Sinten glaube ich runtergeschossen mit der dritten Sinten, mit der D... Ey, Sinten, ja. Äh. Nein, mit der... Ach. Nein, das ist wirklich noch voll, nein. Bist schon blind, oder? Oh, das passt, dein ist der neue Max. Stein ist der neue Max. Ja, ist halt echt so. Ja, das ist halt echt so. Schau mal deine Seite, meine auf der anderen Seite vom Turm. Bist du schon blind? Fickt euch. Fickt euch einfach. Aber Stein wird schnell richtig so. Äh, äh, äh. Weil ich hätte zum einen sagen können, wo Gamer ist, zum anderen... Oh, ne. Ich hab... ich hab Julian so auf den Kopf gezielt... Aber... Ich wusste irgendwie so intensiv... Mann, Luca fickt dich! Der ist T. Der ist T. Der ist T. Der ist T. Ich will abdrücken. Nein. Ich bin tot. Ich mut jetzt einfach mal Luca solange. Ich hasse dich. Ähm, mir ist scheißegal. Ich bin tot. Okay. Mir ist scheißegal. Ich meine Leiche ist hinten auf dem Boden. Es tut mir leid. Ich hab dir so oft gesagt, dass ich nicht gespoilert werden will. Und er sagt aber die ganze Zeit, wie es steht. Und wie es für das scheiße. Es tut mir leid. Halt die. Halt die. Warte. Der will nicht gespoilert werden. Der will nicht gespoilert werden. Der wird doch nicht gespoilert werden. Mir ist scheißegal, ob ich krackenmove wurde. Warte, SD. Lass die hin, sonst kommt der Techniker. Ja, fuck you all. Ich wurde runtergestoßen, ey. Okay, Julian ist tot. Fehlt nicht einer? Offenst du? Okay, der ist wieder da. Ich glaub, der ist auch grad gestorben. Warte, warte. Das ist nicht schön für die Aufnahme, wenn man die ganze Zeit hört. You are moved. Da muss halt wieder mal das Pack ausgehen. Nee, der ist doch nicht tot. Du bist halt so aufgefangen, Alter. Nein, ich bin natürlich nicht tot. Ich hab gedacht, du wärst gestorben. Hallo. Ja, scheiß mich. Luca schießt. Dann kann man mit Props noch zu verschieben. Okay, Luca. Schon immer. Aua. Okay, du hast es erwischt. Dig, was schon immer? Das hatten wir auch manchmal so gesagt. So liegt deine Leiche. Ja, untersuch die, untersuch die. Wo bin ich jetzt? Mach. Hä? Untersuch die Leiche, wo vor dir liegt. Okay, mir. Okay, mir. Foks. Vor wem? Ne, ne Leiche. Warte. Ich hab das langst. Ey, Foks. Bist du... Bist du... Ich weiß das nicht. Du hast dich doch grad getötet, oder? Ich hab'n Luca noch nicht getötet bekommen. Aber ja, ich hab'n's dann mal angehitten. Nein! Ja, ist Tarkan. Typischer Thomas-Moment. Du schießt mit dem One-Shot. Obwohl, ja gut, der hat's auch keine Zeit. Aber trotzdem. Hast du nicht gerne mit dem One-Shot-Lafel gehabt? Ne, das war Tarkan. Ich hab'n Tarkan verfehlt. Der hat mich angehitten. Und ich hab'n verzogen. Thomas, eine Frage. Wenn du jetzt... Wenn du noch Zeit gehabt hättest, hättest du jetzt noch was getan, nachdem Thomas... Äh... Dachten du One-Shot-Lafel schloss das oder nicht? Das liegt. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, das liegt. Das ist so richtig für mich, Thomas. Was war Thomas? Weil ich in der Zeit eh sterben gewählt. Ja? Was warst du? Ich war innocent. Mir egal. Da stand ich mir einfach mit dem Passwort und schufst es da selbst runtergesprungen. Jetzt hat er gespürt, nicht ich. Dabei hab' ich nicht immer was gemacht bisher. Gamer, jetzt hat ergespürt. Was hab' ich eigentlich angetan? Ich hab' nur noch was Gens gesagt. Aber Gamer hat vorher nicht aufgepasst, auf weniges ist das neu. Boah, jetzt ist die Perfekt. Jetzt ist perfekt, wenn ich dann später C-Slaw spielen, weil ich dann komplett ausfloppen werde. Vor allem, ich hab' die Steine ja nicht mal was getan. Doch. Ja, lass mal... Doch. Was hab' ich's nie getan? Nee, C-Slaw spiel' ich nicht mit. Da bin ich jetzt grad' down. Wieso? Weil die OP grad' verloren hat. Oh, ich bin gesnackt. Oh, ich bin gesnackt. Wer hat die Gletschkurve gebrochen? Ich nicht. Das wär' verreckt. Da ist jemand verreckt. Am Wasserturm. Hier, guck mal, hinter dir. Da. Da. Am Wasserturm. Doch, der ist jetzt nicht verreckt. Der ist jetzt nicht verreckt. Da ist also... Wer hat ihm eine Incensary hingebrochen? Nein. Ja. Wer hat mir eine Incensary hingebrochen? Hilf mich. Äh, Thomas ist es. Wieso? Ich war's nicht. Weil wenn er mich zu schossen hat. Hab' ich nicht? Nein, gar nicht. Guck mal. Okay, ich hab' auch nicht geschossen. Aber er hat dich getroffen. Okay. Ja. Wo ist Thomas? Wieso? Ich hab' wirklich... Ich... Hier. Okay. Okay. Ich hab' geschossen. Das wird falsch. Ende. Das wird richtig. Gut. Haben wir Lachen. Dann. Das ist ja wie eine Scheißwaffe. Kommt, Fox. Du müsstest ja uns heute noch zu Witz eigentlich rausnehmen, ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber... Boah! Kommt. Pass auf, wie ist das da jetzt auch mal an. Aber das hätte ich eigentlich nicht ausgenutzt, aber egal. Gelegt, bitte. Ich hab'... Ich hab'... Ich hab'... Jetzt Jammos wegen sowas. Dann hast du'n Probier mit mir. Grovan! Ey, mach' kurz los. Ey, warum geht jedes Mal jemand? Ey, warum geht jedes Mal jemand? Ey, warum geht jedes Mal jemand? Ich hab' immer noch vorgekehrt. Ich hab' so'ne Scheißwaffe heute. Ähm... Da bieten sich grad'n paar'n Sniper-Battle. Äh, ich schieß' nicht mal. Ab und nicht, ne? Thomas! Thomas! Oh Mann! Ich hab' auch von Anfang an gesagt, dass Thomas ist. Ich hab's gar nicht geholfen. Ich hab's gesagt. Saschan, ich hab' geholfen. Wie die mich da mal nicht getötet haben. Oh Mann. Geh' mir kurz weg. Ja, gehen wir's noch an live. Der ist direkt unter mir. Das bist du? Ja, Stein ist auch da. Aber warte mal. Flur hat doch auch Toffe schossen, oder? Ich hab' auch Thomas gesagt... Ja, das heißt... Das heißt... Äh, äh, Game-Modus Stein. Geh' mal weg, geh' mal weg. Okay. Sparta-Kick! Weil ich Juran... Juran, bist du noch an live? Oh, das... Ja, wobei Juran würd' jetzt nix sagen. Flo! Flo! Naja... Das ist das einzige Logische. Weißt du? Okay. Ich bin bisschen die beiden da unten. Stein hat, Stein hat Game-Modus gebracht. Stein hat Game-Modus gebracht. Maaals. Hä? Ich mag ja auch... Ich würde mich grad'n so'n Mobi-Kreis. Juran ist's auch. Juran ist's auch. Juran ist's auch. Juran ist's auch. Juran und Stein. Juran ist's unten drin. Juran ist's unten drin. Der kommt hoch als Stein. Au. deswegen gibt es nur zwei traiter aber okay wir sind nur zwei traiter ist am anfang gestorben und dann ist es dachte ich dachte erst um das war eine frage von vorhin ja komm aber das war ja wohl anders da war ich traiter und du warst innocent und jetzt waren es beide innocent was ich unglaublich fand äh Thomas ist wieder da äh er hat man muss das sein dass du Sparta Kick gesagt hast und ich habe Sparta Kick gesagt dann mit Krober geschlagen du Tapp keine Ahnung kann er nicht sehen äh Alter wenn man eine Vermutung hat kann man schießen weil Sparta Kick sagt dann das ist Sparta Kick Sparta Kick Sparta Kick Sparta Kick wie die anderen mich dich getötet haben ja der schießt auf mich Are you serious? aber dafür habe ich ja keine Waffe mehr gehabt ich hatte schon eine scheiß M16 so ein nice Tag und dann ist gerade runtergefallen ich möchte aber das schreit vor dir voll lustig ja waaah warte warte Gemma hast du schon was gekauft? Gemma hast du was gekauft? Hallo Thomas Gemma hast du was gekauft? Gemma Gemma ja Gemma hast du was gekauft? holst du dann seinen Turm? Gemma 2 1 und tschüss Gemma Stein ist auch tot? Holy shit oh my god nein Stein nervt das glaube ich also zumindest kann er nicht sterben außer er wurde abgesnipet von irgendjemandem der hat irgendwie runter gezählt und der ist gestorben glaube ich also der hat runter gezählt und hat nichts mehr gesagt ja kann auch ein Fake sein war ja auch ein Fake ja kann auch ein Fake sein aber war ja auch ein Fake war ja auch ein Fake das ist ok ich habe einfach nur 3,2,1 gesagt aber ich dachte irgendwer ist mal ein Fake Thomas boah Thomas wenn du es jetzt bist und mich gleich machst fasse dich dafür dann ich bin da wieder innocent ja warte kurz ich ziehe das Fenster noch ja hau rein ja stein äh w-w-w-was achso ja ich habe das Fenster kaputt gemacht damit ich es in deinen Namen will hast du den Matrix Trick gesehen? ich mach das andere Fenster auch weg jetzt Matrix Trick nochmal du hast mich nicht gesehen Blut du hast ne Shotgun Luca Luca Gemma sei mal nicht AFK GeFS ist auch langweilig Bf Erstmal die richtige Einstellung von meiner Maus finden. Oh, fuck! Mach deinen Turm-Aus-Move! Ja, okay. Lord! Geh mal, warum hast du nicht den Turm-Aus-Move gemacht? Ich wär vom Dach gesprochen. Der war lustig. Oh man, weißt du? Geh mal, an der Stelle hättest du schon was gekauft, ja, ne? Jetzt fucking hart, Alter. Weil ich wollt, dass du eine Klopapierordnung kaufst. Wenn ich sie mit dem Tag an untersuchen kann. Flo, wir haben Minus gemacht. Unter zwei Sekunden später bin ich auch runtergefallen. Wir haben Minus gemacht. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, das hab ich ja gesagt. Hier ist Hyres, Hyres. Bei mir hab ich Luca voll mit der SW getroffen. Hyres. Übrigens, das ist gerade der 600. Folge. Nee, vorbei hat der 600. Folge wahrscheinlich. Das war letztes Ziel 600. Folge. Ich hab's mal wieder vergessen. Julian, ich hab ne Idee für Counter-Strike, dass du nicht Counter-Strike beenden musst. Mach's einfach Season 2. Bleh. Loll, stimmt. Ja, lol. Direkt im Anschluss. Okay. Was macht der? Alter, als Junge mit der Scheiß-Shop dann angekommen ist. Ja. Also Jörn, dann gleich neue Folgen aufnehmen. Ja. Unbedingt. Ich mach dann einfach Counter-Strike Season 2. Also immer ne neue Season, sobald ich eine Runde gewonnen hab. Diesmal rutsch. Halt. 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 Drei, komm komm, ich bin aber bewäblich. Sein ich noch mehr verreckt. Ey, Kled noch! Naht, zeigen gleich nicht mehr. Fick dich. Luka, nicht mich runterschmeißen, das ist ja das random. Das muss man schon. Das runterschmeißen schon, das runterschmeißen. Ich wurde schon so oft mit dem Ding gekillt, ich bin nicht unfair. Nein, wir haben gesagt, ich runterschmeißes random. Ähm, Stein? Das zähle ich als random-Aktion, dass du mich runterschmeißen wolltest. Sorry, dass du innocent warst, aber das zähle ich als random-Aktion. Stein? Hättest du dann später noch Bock auf Ragamond? Das heißt... Warte mal, ich möchte irgendwas kontaktieren. Vor allem, das ist eben noch 200 und zwei Trader. Ja, also Julian. Ach, aber substituierte. Immer, hau ab. Ich hab mich auch immer. Hier ist innocent, Leiche. Sorry, dass ich gar nicht getötet habe, aber du siehst selber mein Leben. Was soll das? Wo bist du da? Ahne. Was? Ich hab Angst vorstehen. Hast du gerade noch mich geschossen taggern? Nee, hab ich noch zu. Nee, nee, hast du nicht, nee, hast du nicht, ne? Nee. Ich hab mich mal abgedrückt. Ja, war ich. Und warum? Weil Trader bist? Holy Shit! Ich hab mich fasziniert wieder das Kombo. Ich hab, ich hab jetzt mal noch 91 HP, hab ich ein Zentimeter weiter vorne und ich wäre gestorben. Hab gedacht, du wärst du vom Ende. Nee. Anscheinend nicht. Ich geh mal was zu essen machen und guck mal weiter. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich bekommen hab heute. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich bekommen hab heute. Ich schieß dich auf mich. Bis in 15 Minuten, dann bin ich wieder da. Fürs nächste Spiel. So lang brauchst du zum Essen. 15 Minuten anscheinend. Machen wir mein Essen jetzt? Was schieß ich, Stein? Dann ess ich. Ich schieß auch fester. Werde was? Mein wurde weggeslippt. Von Tarkan. Hab ihn. Alles klar. Der kann das beim Helikopterhaus. Der kann das beim Helikopterhaus. You don't fuck on me. Ah, du, du, du. Was ist mit Ding? Julian? Der war halt Aimbot im CSGO. Julian? Fick dich. Warte. Aimbot. Bester Aimbot. Bester Aimbot. Wenigstens hab ich Tiger getötet und will den Böden. Wer nach der Madbock auf CSGO. Ich in viertel Stunde. Wer nach der Runde Bock auf CSGO. Ich musste erinnern, weil ich schon bin. Ach, okay. So, starte bitte nicht ohnehin. Finish startet. Ja, du, scheiße. Man kriegt da sogar nen Headshot, der Noob. Hey, da ist ein Helikopter. Guck mal. Wow. Hab dich. Ohne Spaß, Gamer. Hättest du dich einfach mal dahin gepottet, wo du mit Position markieren wär, hätte er so viel geholfen. Das war im Sniper-Turm. Nur das Problem war, ähm, ich hab ihn jetzt gerade eben in der Sekunde, hat das Teil wieder aufgezeigt, als es nicht gezeigt hat. Also hätte ich direkt gemerkt, okay, der ist da hinten. Weil ich hab mich extra einmal hier umgedreht. Alter, ey. Boah. Jemand ist die Leiter. 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 Und dann hab ich festgeschtock... Oh, die Wunde hat mir ja gar nicht diegekommen, aber mir hat schon ein T angezeigt. What? Lol! Ich hab mich gesehen, dass es vor der Wunde auf mich geschossen war und ich dann auch so, hey, Wunderlof. Hello, Loll! Ich habe jemanden ausgelacht, der von der Leiter gefallen ist und ich bin dann instant auch von der Leiter gefallen. Nice. Und du bist gestorben oder nicht? Ich habe mich schon geguckt, wie Thomas da gerade so dumm auslacht, wenn er gestorben ist. Ich lach den Ausfall instant runter. Thomas, weißt du, wie war das denn? Oh, fuck, das ist dann mal Karma. Er möchte einmal eine Runde überleben, deswegen bin ich jetzt wieder weg. Doch. Wer hat auf mich geschossen? Gamer ist es. Gamer ist es, nicht ich! Gamer ist oben auf dem Dings-Turm. Das ist immer das selber geklaut. Fuck you all, man! Direkt neben deinem dauernden Körper wäre scheißegal. Und ich habe es dir nicht geklaut. Nicht du, der Depp unten! Wer ist tot? Aue! 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 Tarkan, Tarkan, es ist gleich Zündig. Sei ruhig, es ist gleich Zündig. Du kannst, dass er nicht einfach erst mal die Leiche unterstehen. Es ist gleich zu Ende, es ist gleich zu Ende, sei einfach ruhig. Es ist gleich zu Ende, bleib still! Schreien wir heute, ich war's dran, nicht weiter! Schreien wir heute, ich war's dran, nicht weiter! Wo ist er hin? Oh! Oh, oh! Nein! Oh, da haben wir jetzt wieder eine Pussy im Team! Im Gegner-Team! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Was los! Boah, ich habe gedacht, du ständig! Oh, oh! Oh, oh! Hallo, oh! Nein, nein, fein ich! User joined your channel. Hallo! 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 Kennen wir dich? Ach, Antonio. Nein! Kennen wir dich? Nein! Nein! Ähm, haben sie noch Platz frei? Jo! Immer! Stimmt! Komm in der Kamera! Fickt euch! Da kann das etwa Karma! Da kann das etwa Karma! Da kann das etwa Karma! Äh, wo ist der hin? Der ist jetzt besser, mal drum! Da hinten! Wie viele Spieler passen jetzt eigentlich auf den 9-Store? 90! Nein! 20 so! Oh, oh! Warte mal 2! Mann! Habe ich dich heute okay gemacht? Weißt du, Tag enthält sich jetzt mal voll! Hups! Runtergefallen! Und lowlife! Gamer! Ich habe Tag einfach mal nicht mehr gesehen! Ich bin schon wieder gestorben, die Runde, Mann! Ja, Julians Schuld! Ey, was warst du meine Schuld? Du hast meine Staple klaut! Ja! Ja, ich habe dich nicht mal getötet! Das hättest du Julian nur getötet! Ich wäre jetzt sowas so scheiße geil gewesen! Ich habe die scheiß Runde mal überlebt, ja! Scheiße geil gewesen! Ich bin wieder gestorben, Mann! Ich bin wieder gestorben, Mann! Wurde eingefangen, ey! Hä? Äh! 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 Okay, meinst du von dir? Ja! Wenn du dich noch einmal geschwärst, ich penetriere deine Achtung! Hey, ich bin doch öfter gestorben, als du! Oh! Oh! Schlechtes! Nein! Du hast fünf, ich hab sechs, ich bin öfter gestorben, als du! Ich bin bisher in jeder Runde gestorben, du letzte nicht! Antonio, sag mal was! Ja! Sag du nochmals, bevor du dich beschwerst! Nein, nein! Ich bin zu leicht, ich muss dich gleich lauter! Achso! Nein! Warte! Doch! Nein! Ich bin doch am Anfang gestorben, direkt am Anfang der Runde! Ich wurde wiederbelebt, aber trotzdem nicht gestorben am Anfang! Ja! Antonio, lauter mal! Ich habe immer noch mehr Tode als du! Also, bevor du dich noch einmal beschwerst! Naja, insgesamt habe ich mehr Tode! Nein, ich habe mehr Tode als du! Antonio, sag mal was! Nein! Ja, ich sage was! Doch! Oh Gott! Wie viele Spielstunden hast du denn? Ja! Wie viele Spielstunden hast du denn? Wie viele Spielstunden hast du denn? Wie viele Spielstunden hast du denn? Oh, ist mir egal! Okay, jetzt guck ich jetzt nach! Wie viele Spielstunden hat er denn? Oh! Weiß dir mal! Greif ich dich da eigentlich? Hey! Ja! Ich habe mir das keinen Schaden gefühlt, glaube ich, oder? Knapp! Wer auch gerade die Chips ist? Wer auch gerade die Chips ist? Ich habe ja jetzt doppelt so viele Stunden wie du in Garrys Mordson! Fuck! Ich habe mehr Tode! Und... Kannst trotzdem öfters gestorben sein als du? Nein, das geht eigentlich nicht! Der Top hält schon! Doppelt so viele Tode! Wer bist du? Ja! Höllian! Ja, was denn? Wo bist du? Sag ich nicht! Was soll ich jetzt sagen? 5, 5, 5, 5, 5! Weil ich rausgegangen bin! Weil ich rausgegangen bin! Warum? Ja, weil Antonio kommt! Ja, Antonio kommt jetzt! Ja, Antonio kommt jetzt! Wer ist Traitor? Weil ich nach der Web bin ich auch weg! Nein! Let's go! Sofort! Nein! Und ich glaube, das sind wir noch nicht zu fünften! Wenn ich mich will, ich die Runde hier noch! Ja, Antonio macht dann nur eine Runde! Nein! Du willst die Web noch keine spielen! Du hast es geöffnet! Wow! Ey, ne, ist denn deine gelieb! Ne, ich will nämlich nur auf die deine Runde sein! Oh! Eigentlich wird's doch! Oh, meine ja! Okay, Antonio braucht dann nicht! Ja, das ist mein Steil! Random! Äh, warte es los! Du brauchst keine Emission nicht mehr zu starten! Weil wir nur auf drei sind! Oh, wow! Ja, ne! Random! 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 Boah, ich weiß nicht, wo du... Ach, warst nicht mal! Oh, scheiße! Jo, ja komm, du spitze! Weit ärgerlich! Ja, Moment! Und der spielt auch mit! Random! Random! Dann fehlt irgendwie noch einer! Ja, aber du hast so viel random wahrscheinlich Geld, gell? Ja! 1 zu 2! 1 gegen 1! Ja! Aber dann sagt man 1 gegen 2 die Wahrscheinlichkeit! Lass doch nach einem Minimatch kurz in der Mitte machen! Hey, mal lass doch so lange auf einen 1 gegen 1 Server gehen! Ich bin sofort fertig! Ich bin sofort fertig! 4 Schuss! Dann geh ich so lange auf einen 1 gegen 1 Server! Alleine? 1 gegen 1? Nice! 1 gegen 1! Jesus9! Fordr ist da alle mal alle jen Jr. Vielen Dank.